Das ist ein schöner. Das ist ein schöner. August 2023 ist es der Wahnsinn hier im Sauerland. Der Regen war zu etwas gut und zwar die Pilze schießen wie verrückt. Und wir reden nicht lange rum. Guckt euch selber an, was wir hier finden. Der ganze Wald ist voller Pfifferlinge. Hier unten alles gelb. Bis nach da oben. Riesen Pfifferlinge. Im Korb haben wir schon die Steinpilze gerade eingesammelt. Und das werden mit Sicherheit nicht die letzten sein. Also, jetzt müssen wir erstmal abschneiden und mal gucken, wie das Körbchen gleich aussieht. Und das ist das Körbchen. Und das ist das Körbchen. Erfreulicherweise haben die Pfifferlinge auch einen relativ dicken Stiel, also fingerdick auf jeden Fall durch die Feuchtigkeit. Er ist auf jeden Fall schon mal mehr als prächtig und vor allen Dingen auch frisch. Na, das ist doch mal ein schöner Kamerad. Solche finden wir gerne. Und das ist das Körbchen. Und das ist das Körbchen. So, jetzt sind wir hier an der Stelle, wo ich letztes Jahr einfach nur Riesensteinpelze gefunden habe, die nicht mehr zu gebrauchen waren. Aber ich stelle gemerkt, und dieses Jahr, wie soll es sein, geht das Ganze von vorne los. Wie schön. So, für 2023 August ist das eigentlich schon richtig gut geworden. Aber die Temperaturen sind heute auch schon weit über 20 Grad, 25, 26 Grad. Wenn das das Wochenende so ist, ist der Spuk auch schnell vorbei. Ohne viele Worte haben wir heute viel gefunden. Damit sind wir zufrieden. Obwohl gerade haben wir noch entdeckt, da oben stehen auch noch vier. Die nehmen wir natürlich noch mit. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns ein Like da. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao.